Mitmachvideo, Freunde macht jetzt mit und ihr werdet vielleicht demnächst bei einem Video von mir erscheinen, was demnächst produziert wird. Also Mitmachvideo, hört euch das Ganze genau an, was wir von euch haben möchten und dann seid ihr vielleicht mit dabei. Herzlich Willkommen bei 9D, die Videoreport hier auf meinem Kanal. Heute mal ganz ohne Mikrofon, ohne Halterung, weil ich sitze direkt im Auto drin, da brauche ich nicht groß meine Stimme verstärken. Und wir haben gestern bei den Videoreport was verpasst, nämlich, oder ich habe es ja gestern gesagt, der berühmte Mitmachslogan. Ich sage Marco, ihr sagt Lorenz. Und das Ganze wiederholen wir natürlich jetzt, weil sonst verliehen wir eine neue Tradition. Also, ich sage Marco, ihr sagt Lorenz. Marco, Marco, Marco. Ja, ihr könnt das, das weiß ich ganz genau. Dankeschön fürs Mitmachen. Und wir haben auch eine kleine neue Aufgabe für euch. Ja, wie ich schon im Anfang gerade erwähnt habe, wir haben jetzt ein Mitmachvideo. Dieses Video funktioniert wie folgt. Ihr nehmt euch selber auf. Wenn ihr in einem Video von mir auftauchen wollt, wäre logisch sinnvoll und so weiter. Also ihr nehmt euch selber auf mit eurer Kamera. Es muss kein HD-Video sein. Es muss auch nicht ein besonderer Hintergrund sein. Es kann auch euer Schlafzimmer sein, auch eure Badewanne oder wie auch immer. Ihr nehmt euch selber auf. Und dann macht ihr folgendes. Zum Beispiel, ihr hört euch mein Video an, wenn ich sage, ich sage Marco, ich sage Lorenz. Und in diesem Moment, wo ich das gerade sage, ich sage Marco, ich sage Lorenz. Also Marco, sagt ihr vor eurer Laufenkamera Lorenz. 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 Beispielsweise. Das Ganze könnt ihr mir hinzukommen lassen, einfach über Instagram oder auch, wenn ihr schafft, über E-Mail an kontakt.marcolorenz.gmail.com. Jetzt alle, die jetzt sagen, Instagram habe ich ja gar nicht die Adresse von Marco. Ja, kein Problem. Guckt ihr einfach mal bei YouTube auf mein Profil rauf. Da habt ihr bei meinem Profilfoto die beiden Links für Instagram und TikTok verlinkt. Sogar einen Fanshop, wer bedarf hat. Und neu, ihr könnt mir noch ein Video zukommen lassen. Nicht nur mit der Antwort Lorenz, sondern ihr könnt sogar ein Duett machen. Ja. Sucht euch jetzt bitte mal einen Partner oder eine Partnerin. Irgendeine Person, die nur in den Supermarkt, die gerade neben euch geht und macht mit der ein Spiel. Ich sage Marco, du sagst Lorenz. Auf gut Deutsch. Du sagst dann Marco. Und die Person neben dir sagt dann Lorenz. Marco. Lorenz. Marco. Lorenz. Und dafür könnt ihr mir gerne auch ein Video zukommen lassen. Genau dasselbe über Instagram. Ganz einfach direkt Nachrichten mich zuschicken. Oder halt per E-Mail an kontakt.marcolorenz.gmail.com Mit etwas Glück landet ihr denn in einem neuen, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, Musikvideo auf meinem Kanal. Quasi ein Mitmach-Spaß-Video. Habt Spaß dran. Macht mit und so weiter. Es wird, glaube ich, sehr schön werden. Wir üben mal ganz kurz den Slogan Marco Lorenz. Achtung. Ich sage Marco. Ich sage Lorenz. Marco. 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 Also, schickt mir eure Videos dazu. Wie ihr das Ganze macht. Wie ihr das umsetzt und so weiter. Ist mir erstmal egal. Ich werde dann gucken, was für Material ich dabei nehmen werde. Wenn ihr wieder in einem neuen Musikvideo mit mir selber, wo es quasi nur um Marco Lorenz geht. Also als Marco Lorenz. Ja. Da kommt nicht viel mehr groß rein. Wenn ihr mit dabei sein wollt, schickt mir einfach eure Aufnahmen per Instagram oder auch per E-Mail zu. So. Das war kurz die Info für ein Mitmach-Video. Also ich freue mich da wirklich schon drauf, wenn ich da von euch die Videos erhalte. Und ich glaube, ich werde auch sehr viel Spaß haben, mal zusammenschneiden. Und ich hoffe, euch gefällt das dann im Nachhinein genauso. Also, und wir haben damit mal ein geiles Kooperations-Video. Quasi. Ich biete euch meine eigene Kooperation an. Also, ich freue mich da wirklich schon sehr drauf. Macht mit, macht mit, macht mit. Ja. Es wird, ich glaube, es wird wirklich genial werden. Und ich habe noch eine Mitmach-Aktion, aber die erwähne ich noch nicht ganz. Aber, zumindest erst mal diese Mitmach-Aktion, ich sage Marco, ich sage Lorenz, schickt mir da vorne ein Video. Entweder, wo ihr nur mit Lorenz antwortet, oder mit einem Partner eurer Wahl, wo der eine sagt, Marco, Lorenz, Marco, Lorenz. Ihr könnt auch ganz normal machen. Also, Marco, Lorenz, Marco, Lorenz. Ich werde mir da schon was zusammenbasteln. Das wird schon genial werden. Also, macht mit, große Mitmach-Aktion jetzt auf YouTube. Ihr habt gerne Instagram, Direktnachricht, oder per E-Mail. Und dann seht ihr euch vielleicht demnächst in einem neuen YouTube-Musik-Video auf meinem Kanal. Ich bin gespannt über eure Post. Und ich sage euch wie immer einen schönen, was auch immer noch. Und wir sehen, hören uns dann mit wahrscheinlich morgen wieder so. Und den Video-Report. Machen wir so, ne? Also dann, tschüss und bis bald. Mach's gut. Euer Marco, Lorenz.